Hallo zusammen, ich bin Dominik Feutz, ich arbeite bei Östmetallbau GmbH in Interlaken und ich bin Metallbau-Konstrukteur. Eine meiner Lieblingsaufgaben ist das Planen im Aluminium-Bereich. Ich mache aber auch sehr gerne Metallbauarbeiten im Bereich von Stegen, Geländer, Vordecher oder Pergolas. Wichtige Stichworte sind Projektplanung und CAD-Konstruktion, Kunden- und Architektenberatungen, Teamfähigkeit und ein technisches, kreatives Vorstellungsvermögen. Ich hoffe, ich habe dir den Beruf von Metallbau-Konstrukteur ein bisschen näher bringen und dein Interesse wecken.